Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Typo Man. Moment, das Safe konnte ich hier nicht weiter rüberschieben, ne? Ne. Dann, guck mal, da haben wir doch Doro. Doro? Klingt Doro etwas, was mich vor einer Spritze beschützt? Ich weiß nicht, wir werden es sehen. Nein, Doro hilft mir überhaupt nicht bei einer Spritze. Doro ist, ähm, Dojo. Ne, das wird mit J geschrieben. Doc, oh, äh, Duke. Ähm. Für Gu Do fehlt mir noch ein T. Ne, ja, ganz ehrlich, was mache ich denn mit den Buchstaben da drüben? Na, klasse. Ist das D, was da? Ach, das ist so ein Viech, ne? So, aber wollt ihr mich verarschen? Okay, safe geht wenigstens. Was mache ich mit Do-Go? Ne, ganz ehrlich, was kann man denn damit machen? Go Do? Dock, lege ich nicht. Gott. Gut. Ja. Ja, aber das kriege ich doch niemals rüber, oder? Geh mal da erstmal rein. Jetzt holen wir das O nochmal rüber und dann legen wir es mal zusammen. Ah, hau ab da. Ja, ist ja gut. Gut klingt jetzt nicht nach... Na ja. Also, die waren die ganzen anderen haben mal bedeutungs... Die anderen wird ja bedeutungsträchtiger. Hier, dieses Viech da wieder. Ein schönes Foto. Okay. Können wir denn jetzt endlich mal aufhören mit diesen Spritzen? Hier? Guck mal, wie... Guck mal, wie sie da... Guck mal, auf mich fixiert ist. Diese Schlampe. Guck dir das an. Das kann ich gar nicht. Ab was, jetzt hat es aufgegeben? Na, klasse. Hm, wie schnell ich die Wand hochrenne. Wenn da jetzt wieder eine ist, dann ist dann bei Essig hier. Könnt ihr die Wirkung mal aufhören? Ich mag so nicht weiterlaufen. Das ist unangenehm. Na. Geht's auch nicht zurück? Na, super. Spitze. Das ist ja wirklich ein bisschen Albtraum-technisch gerade. Na, danke. Okay. Das letzte Mal, als irgendwo Trust stand, bin ich voll auf die Nase gefallen damit. Trust. Till. Rotor. Hm. Alles klar. Aber das... Nee. Das machen wir mal weiter. Hier. Und dann... Eik. So nicht. Biest. Killed. Das heißt, die Spritze erwischt mich auf jeden Fall. Sehe ich das richtig? Richtig. Richtig. Boah, es ist so kacke mit den Dingern. Das ist ja ein blöder Rotor. Ist denn das? Der muss sich anders umdrehen. So bringt mir das nichts. Oh Mann, komm, gib's frei. So bringt mir der Rotor gar nichts. Jetzt nehmen wir das weg. Na toll. Alles klar. Das habe ich mir anders vorgestellt. Pssst. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich würde das ganz gerne mal eben nehmen und darüber werfen. Ich sehe da so wieder, wenn das was Rotes im Chat ist. Aber ich gucke jetzt gerade mal nicht hin. Weil so alleine rätseln und so. guckst du dir an, wie es Lunge hat. Oh, da sind zwei sogar. Das ist nicht cool. Die dürfen mich nicht beide erwischen. Ah, die zieht sich dann kurz zurück. Das kann ja nur Love sein. Aber da kommen wir auch nicht mit durch. Jetzt kann ich mal nach rechts gucken. Fixieren, ne? Versuch's mal mit 11 lit. Lit wie anzünden. Ach was. Okay. Ja, nü, gut. Also, keine Ahnung. Vielleicht wäre es ein neues Mod gewesen, was man dann entdeckt. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Verdammt. Ich dachte, ich kann es austricksen. Mal gucken. Dass ich denn einmal zurückziehe. Dass ich wenigstens einmal ohne durch kann, ne? Jetzt komm schon. Oh, Mann. Es ist zu schnell dann. Blödes Ding, ey. Aber hat ja funktioniert. Irgendwie. Kriege ich das A da oben noch? Ne. Hätte ich das gebraucht? Wollen wir uns mal nicht hoffen. Was steht denn hier? Free. Toll. Okay, da drüben. Scheiße. Hier. Ah, nicht schon wieder sowas. Ich kann nie aufstehen. Ich liege da immer noch. Oh, mein Gott, ey. Ah, klar. Sicher. Und eine Spritze am Arsch. Ne, ich schaue auch gerade nicht auf das Rot. Ich hoffe, da kommt er nicht durch. Ja, klar. Alles klar. Nicht. Lass das. Ja, super. 1A. Top. Ein Albtraum. Ja. Ein O. Und du? Oh. Was mache ich denn jetzt? Spreng ich? Off. Off. Faked. Halt dich fest. Erschweigen gehabt. Klick, klick. Ich hoffe nicht, dass schon vorbei ist, das Spiel. Das macht mir echt Spaß. Da hat sie mich schon wieder gerettet. etwas mehr Gamma für die Zuschauer übrig. Ja, wenn du das sagst. Meinst du? Auf einmal fällt dir das ein, dass sie mehr Gamma brauchen. Aber viel will ich da nicht reinmachen. Eigenschaften fehlt da. Gamma ist schon ein bisschen höher, als ich das sehe. So. Viel mehr würde ich, glaube ich. Ich weiß nicht. Gefühlt. Ich vertraue mal auf dein Urteil. So. Ist ein bisschen höher. Aber... So. Jetzt ist Evie da. Komisch. Ich dachte, das wären Buchstaben hier. Ach, das ist Lit. L-I-T. Das ist eine Lampe. Von unten nach oben gelesen. Ne, da gehen wir nicht runter. Guck mal, ich hinterlasse Fußspuren. Ich höre Musik im Hintergrund. Im Spielen. Achso. Okay. Du siehst teilweise gar keine Buchstaben, wo ich Wörter lese. Ähm... Na gut, in meiner Vorschau noch ein bisschen heller machen. Also, dass hier Buchstaben im Hintergrund liegen, siehst du aber, ne? Oder? Hier. Hinter mir. Das M und das E. Und noch ein M, was da oben liegt. Genau, wo ich springe. Kann man das erkennen, oder nicht? Das ist mal nochmal ein bisschen heller. Elevator. Ich würde ja ganz gerne mal nach links. Oben. Run. Ah, okay. Danke, Ela. Ela hat halt die besseren Augen. Früher war es so. Chapter 2. War geil. Das war Kapitel 1. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel das Spiel hat, aber... Robust. Ja, wetten ist es es nicht. Wir wetten, das Ding ist nicht robust. Es ist nicht robust. Das war ja sowas von klar. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel das Spiel hat. Gut, das könnten wir nachgucken, glaube ich. Ist mir egal. Solange es noch ein bisschen dauert... Immortal. War unsterblich, ne? Oder? Press. Platform. Joint. Was mache ich denn jetzt hier? Ich komme da nicht rauf. Die sind mit immer verbunden. Ja, das sehe ich auch. Jetzt mache ich hier links der Text. Der gibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Ah. Ich medicale. Das war's für heute. Was will er denn von mir? Ich will erstmal gucken, was hier passiert. Oh. Ich guck jetzt nicht in den Chat. Warte, ich will mal... Da ich jetzt gerade erstmal kein Schimmel habe, was hier für ein Wort reinkommen soll, will ich einfach mal eben die stumpfe Methode probieren. Ich schiebe das ein bisschen rüber und versuche mal drüber zu springen. Das ist es sicherlich nicht, aber wir machen das einfach mal. Ja, okay, das funktioniert natürlich nicht. Ja, okay, es ist schon so gemacht, dass es das nicht sein kann. Okay. Press. Okay, das ist die Presse, in der die gestand werden. Das ist Joint. Un-Joint. Nee. Joint. Crush. Lever. Und dann kann ich es auch noch in eine andere Reihenfolge bringen. Also Stealth könnte man lesen, legen. Ja, schön. Stealth würde gehen. Aber was bringt mir ein Stealth-Modus? Wir gucken aber einfach mal. Immerhin Wort gefunden. Sehr schön. Aber was bringt es mir, wenn ich unsichtbar bin? Gar nichts. Schieben wir einfach mal rüber. Und tschüss. Jetzt, komm. Open könnte man machen. Dann legen wir nochmal Open. Nee, da fehlt mein N zu, ne? Das ist irgendwie doof. Opi kann da auch nicht helfen, ne? Man, oh man, oh man. Ähm. Die sitzt mit Blei aus. Ich finde, man muss auch mal in Spielen Lieder legen können, ohne dass doofe Sprüche kommen. Also ich habe jetzt nicht geguckt, ob schon welche kamen, aber... Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Ich habe da noch eine Idee. Ich gucke jetzt nicht in den Chat, weil ich möchte gerade selbst rumprobieren. Also wenn ich da in 10 Minuten immer noch nicht weiter bin, dann... Schade. Ich hätte gedacht, dass dieser Lichtstrahl, der die beiden verbindet, dann vielleicht abgeschaltet wird oder sowas. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich sage gerade mal weniger. Ich sehe da selber, dass ich am Rätseln bin, was ich damit machen soll. Es leuchtet auch nicht auf oder sowas. Ja, hi, hi. Einfach mal beim Quaschen ein Wort gefunden. Ich frage mich, ob ich mit dieser Plattform was machen muss, das hier unten, da könnte man ja noch Buchstaben, aber nee, die sind da ja... Ich scrolle einfach nachher mal im Chat hoch. Aber ich probiere es noch, die Folge ist eh leider vorbei und in der nächsten probiere ich auch noch weiter. Also ich bleibe da hartnäckig. Ja, man könnte noch sowas wie Swatch und Watch und Krams legen, aber das bringt uns ja wahrscheinlich nichts weiter. Äh, Dealer könnte man auch legen, Wallet könnte man legen, aber was soll uns das bringen? Ähm, Sophie könnte man, wir legen jetzt mal Sophie. Hi, was ist denn das für ein Wort? Aber Sophie kennst du nicht, oder was? Na, klasse. Okay, Sophie, auf Wiedersehen. Aber sop so, sop so findet er als Wort. Sop so, okay. Gebraucht, sop so gelegen. Ähm, Mensch, 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 Joint. Dann an vorzuschieben, macht ja keinen Sinn vor dem Anjoint. Da ist doch ein A und ein W drauf, auf dem... Auf dieser Presse ist doch ein A und ein W. Wenn etwas verbunden ist, dann müssen wir das lösen. Dann können wir da auch durch. Open hatten wir schon? Ach ne, fehlt ja, fehlt ja uns ein, ja. Ja, äh. Ist das richtig geschrieben? Mit Doppel-O müsste das doch kein, oder? Lose. Gibt's ein N? Nein, es gibt keinen N. Gibt's ein C hier? Nee. Ich kam nicht drauf. Ich überlege nochmal ein bisschen weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Die meisten Leute schlagen sich jetzt wahrscheinlich schon die Hand vor die Stirn. Ich weiß es nicht, ich möchte gar nicht wissen, was der Chat da macht. Der geht bestimmt ab wie Schmitz-Katze. Ich habe keine Idee. Ihr seht es ja selber oben. In der Ecke. Aber das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ich möchte nochmal ein bisschen nachdenken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.